Hm, nehmen wir den riesigen Schwamm oder die geheimnisvolle Mitmachsache? Hm, also ich weiß nicht, wie uns ein riesiger Schwamm helfen könnte. Yippie, das heißt, es ist Zeit für die geheimnisvolle Mitmachsache. Ruft alle zusammen, geheimnisvolle Mitmachsache! Geheimnisvolle Mitmachsache! Oh, seht mal, unsere heutige Mitmachsache ist ein Düsenrucksack. Kann ein Düsenrucksack uns helfen, die nur von dort oben herunterzuholen? Und, oh, nicht wahr, Pluto? Ruum!